Sooo, da sind wir im Teil 2 vom 4K-Abo-Special. Und irgendwie Teil 2 von Rocket League. Auch. Da du ja kein Bock mehr auf Death Pro hattest, muss ich jetzt hier ein Rocket League fertig machen. Ja, schieb ruhig auf mich, ja? Nur weil du so ein Einfallspinsel bist. Äh, bitte? Ja. Flashstock vom Match, weißt ihr? Ja. Gigantische Soße. Gigantische Soße. Ja. Ähm, ich nehme an, du willst zu Orange. Orange, wenn ich bitten darf. Ja, Forma-Arsch. Ah, gibt der scheiß Maus, zeig ich dir aus dem Film. Ja, da hast du euch ein Bot eingestellt, richtig? Ja. So, nein, ich hab Forma. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab Swabby. Der ist fast so aus wie Swaggy. Ich wollt grad sagen. ÄH! Ich bleib da auf die Angewurzten liegen, weißt du? Aber ganz ehrlich, wie soll ich den abwehren können? Ja, okay, der war echt kies, aber das war so unerwartet. Ja, das auch. Doch. Los, mein Bot, mach was. Dei Sohsing. Hau auf Sos. Mein Gott, dein Swabby hat die Swaggy blasen. Nein! Doch. Redest du mir nicht Thrashtalk? Mach was. Was? Ach was? Woher? Wirklich? Ja. Das ist unfair. Finde ich auch. Mal gucken wie der beigeflogen ist. Ja, da ist das schon von allein rein. Und ich starte von da unten, ist klar. Ich sehe ganz viele Tore fallen hier. Ja, aber du fühlst mich nicht versteckt. Oh. Oh. Aber Mattedeh... Guck dir erstmal an, was soll ich denn dagegen machen? Vorbei, wenn ich dahinter her fahre. Was nenn ich mal Instant Karma. Achso, Instant Karma, super! Oh no, nöße Nigga. Oh, äh, okay. Hast du gerade das N-Wort benutzt? No. Äh, ja, no. Nimm dich. Näh. Das Bot. Habe ich erwähnt, dass die Bots gute Torhüter sind? Noch nicht, aber jetzt. Ich habe kein Tor, wo mein eigener Bot hat mich gestupst. Oh. Äh. Das war beeindruckend. Ich habe mal gesagt, die sind gute Torhüter. Welche Schwierigkeit hast du eigentlich? Äh, Ostars. Ach, das sagt ja, warum die so gut, äh, Ball spielen können. Das klang gut, ja. Was? Dass die gut Ball spielen können. Ja, was sollen sie sonst tun? Metze weben? Aaaaaah, Arschloch! Ich meine, äh, du, äh, sowas darfst du nicht machen. Wenn ich, spiele ich mir kein Nutella in die untere Hose. Aber das macht Spaß und ist fair. Und ist fair. Weißt du, was auch fair ist? AAH! Ich habe den Ball unterschätzt. Ich habe ihn auch voll, ich habe mich auch vergrätzt. Wir sind halt so kacke in dem Spiel. Ein bisschen schon, fast, ja. Ja, ein bisschen, denke ich, ist gleich noch da drüben. Was machst du da? Den Ball aus dem Tor weglenken. Der war ja nicht mal im Tor, der war jetzt einfach mal drüber. Ja, egal. Äh! Ich wollte auch weggehen. Das hat als Torschuss gegolzen. Danke! Bitte! Wie soll ich so Tore schießen? Gar nicht, das ist der Punkt. Los, Forma, mach was! Ja, no! Oh! Mein Bot ist Verlass. Na, mein, du bist jetzt noch nicht. Der hat schon zwei Paraden gemacht oder drei. Aber ich bin... Ich werde schon wieder gestupst. Oh, nein, 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 nein! Ja, soos! Ihr der Földer Kaiser! Rape for the Rape Train! Oh, nein, nicht Rape for the Rape Train. Oh, doch! Äh, okay, das war interessant. Oh! Oh! Aber schön, wenn ihr euch noch weiter prügelt, dann mache ich mal kurz das Tor. Ja, falls ihr halt keinen Winter wirklich gerührt habt. Nö! Boah, ernsthaft! Hahaha! Easy! Schon wieder sowas! Aber ganz ehrlich, den Ball so reinzubekommen war nicht ganz einfach! Jetzt passiert es ja für die ganze Zeit, aber kaum spielen wir mal gegen E.K.A. oder so, passiert das nie! Ja! Außer bei uns! Ja! Die Bot sind beide stehen geblieben! Oh! Ist es dann vorbei mit dem Anschluss? Langsam wird es langweilig! Das war eine Vorlage? Frag mich auch wie! Niemals! Langweiliges Tor! Ja! Ist es dann bitte vorbei mit dem Anschluss? Weil langsam wird es doch langweilig! Ja, so, so, so geht's! Ja, so geht's! Der ist in der Mitte schön! Das war die falsche Richtung! Ich weiß! LOL! Wo kommt der her?! Aus dem Weg! Schreck ich mich rein, keine Sorge! Ja, ich hab's sogar bei Kameran gemacht! Was? Hast du mal angemacht? Ja! Ich hab zu wenig Boost! Ah! Aber Hauptsache ist es spannend! Es ist hier spannend! Es waren einfach nur die ganze Zeit irgendwie Anstoßtore! Ja! Aber... Okay! Shame on me! Warum war das keine Vorlage? Weil ich den beiden vorgelegt habe! Weil ich den beiden vorgelegt habe! Ah! Ja! Aber... Aber 5 zu 5! 3 zu 3! Was? Er hat schon zugesagt! Er hat schon zugesagt! Oh Gott! Ich hab jetzt schon Angst! Mit was kannst du aufwarten? Gegen Ronnebergs Legacy! Mit der gewalten Kompetenz meiner Community! Oh 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 ho 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 ho! Wie ich den gerettet hab! Müsst ihr mal jetzt mit mir angucken! Naja! Ich glaub nicht dass der wirklich reingegangen wäre! Der wäre reingegangen! Ich hätte den irgendwie rausfischen können! Oh danke! Los wie Protz! Mach Spaß! RONEBERG! Was war das denn für mich? Das war Ronneberg Warte, warte, schau was der Pott macht Ja, der steht da rum Ja Äh, äh, vielleicht, nein, doch, nein, äh, äh, doch nicht Ich sag doch, das war Ronneberg Nein Ronneberg steht nur im Weg Ja, steht da ja auch What the? Ah, Pissi, höh? Du willst es einfach spannend machen, kann das sein? Nicht wirklich, aber ist anweilig Ach so, okay Du Trashtalkst zu wenig 9 Sekunden, das kriege ich hin Der Botz, wie geil Ich meine, guck dir das mal an, der Schuss war schon scheiße und dann das Ja Nachspielzeit, OP Für Gott sei Dank haben wir das auf Video Ja, klar Nächstes Tor entscheidet, bitches Oh, nö, 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 oh Gott Nein, du Arschloch, ich hasste dich Das wäre für den Kaiser Ich wusste, dass so ein scheiß Tor fallen wird Ich sag's mir auch grad Das erfordert Rache Oh, ich hab Blitz bekommen ich bin bereit ich habe ein tor geschossen wie du hast fünf punkte mehr als ich du arsch du hast mehr liegen das ist doch mehr ich bin torhüter ich darf das ist so heute nicht was denn schon was schon die ich schon die ohne geschaffen darf da bin ich unschuldig gar nicht wahr doch ich bin jack der im auto ein bisschen stimmst du stimmst hieß denn nicht bdg die anderen so genannt wird der gefährliche zauberer aus monty python wird er verpackt der ritter der kokosnuss hast du stimmt auf mich zu berühren oh gott was machst du da ich schubst dich weg überhaupt ich weiß es nicht, muss ich mal angucken das war chaos ich meine höh 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 ich nur höh hh hh auf mehr die weltübersicht ich bin achimie, das ist eine eule sehr gut ja ich kenne die art zu sagen sehr gut aber geht noch Hier ist wieder kein so ein Chaos. Naja, du bist sicher. Das erste Spiel... 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 Kamasutra! Was? Kamasutra? Warum beteiligen wir uns nicht an den Toren eigentlich? Ja, weil die Bots besser sind natürlich, weil du auf Allstar gespielt hast. Ja. Oder auch nicht. Was? Hast du gerade die Vorlage von Madeline gesehen? Nein. Dann weißt du, warum die Bots noch nicht ganz so gut sind. Ja! Ich wollte den gerade reinwachen. Er Bot fahr hin! Nein. Jetzt klaut er mir noch Speed vor die Nase. Berühr! Oh, ernsthaft! Ich hab dich vorgelegt! Ich hab's gesehen! Ich meine, es ist nicht langweilig. Ja, weil es halt so schön spannend ist. Ja, was heißt hier spannend? Ja, 2-2. Davor bis zur letzten Sekunde... Äh... Ja! Dammter Bot! Ja komm, meiner muss auch was... Aber das? Das kann ich nicht! Was? Wie hat der den Ball geschossen? Hoch! Und weit! Ah! Das kann ich da auch mal nicht. Ich probier's zumindest. Oh nein, ich krieg's nicht hin. Zucka, 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 zucka. Zucka, 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 zucka. Also, zwei Toreführung ist ja schon... Zwei Toreführung ist ja schon... Zwei Toreführung ist ja schon ein bisschen besser als eins. Fick der Ball! Ne! Ich muss mehr den Was-Fass! Nein! Verliere ständig die Orientierung! Verliere ständig die Orientierung, meine Fk! Und das sind nur zwei Leute! Stell dir vor, wir wären vier! Nein! Nicht in diesem Leben spiel ich Rocket League mit vier Leuten! Aber mit 3 Eigentlich möchte ich auch mit 3 Dann nötig ich dich halt dazu Nein Er ist der Disco Ich muss meine nicht von den Qualitäten als Torwart unter Beweis stellen Ernsthaft Ich muss sagen, das war langweilig Ob Pauls da so ne gute Idee war Das erste Match hat's denn funktioniert Ha, mein Ballkontakt Ich habe zuerst berührt Ich hab keinen Boost Weißt du, genau wie ich sowas spiele ich ungeantwortet Weil sowas passiert Ja Dann steh ich dir gleich runter Nein, ich mach jetzt noch 5 Tore Okay Ach, fuck Merlin, wo bist du? Merlin Heißt ja so Ich weiß Ach da Nein, 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 nein War auch zu weit vorne Aber shit Mein Bot ist daneben gejumped Ja Erstmal auf Allster, dass ich sehe, dass ein Bot daneben springt Ernsthaft Der Gerwin ist ein bisschen greedy Wie Wird das auch so gern können Ich kann's Bei meinen Sternstunden, die ich einmal im Jahr habe Sternstunden Die im Radio Ja Oh, da geht's sogar rein Oder auch nicht Mein Bot hat doch mal wieder was gekriegt Mein Bot hat doch mal wieder was gekriegt Wirklich, Merlin Was meinst du mit Der Boss kriegt was hin? Äh, der Boss Der Bot Nein Ich werde nicht mit so starken Bots macht wirklich keinen Spaß Dann steh ich sie gleich runter Das erste Match war ja cool, das ist ein bisschen langweilig irgendwie Nämlich Okay Eine Glanzparade Das nicht Was macht mein Bot eigentlich? Der steht rum Im Tor Ja Ähm So Dann stellen wir ein bisschen was auf Ja Nein Match Einstellungen Nehmen wir mal eine andere Map Äh, die ist nice Und auf Bot Dann 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 Bis zum nächsten Mal.